Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Drobico 6. Äh, was ist das? Ah, okay. Handel abgeschlossen, gut. Äh, ich habe bemerkt, dass wir irgendwie Stromprobleme hatten. Haben wir es ja immer noch? Ne, doch nicht mehr. Okay, dann hat es sich auch schon erledigt. Okay, 214 tun wir produzieren und genutzt wird 146. Okay, gut, dann passt das soweit. Ja, ähm, wir müssen unbedingt die Gesundheitsversorgung verbessern. Nur plus 4 am besten. Das ist die Frage. Es ist im Moment nur ein Punkt nach oben gegangen. Von 51, das ist zu wenig. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall... Ich würde sagen, wir bauen noch mal eine kleine Klinik. Hier sehe ich das ja, ne? Wo am besten Medizin rankommt und wo nicht. Ah, das Bild hier, das nervt, ey. So ist es doch viel besser. So, die da hinten auf jeden Fall kommen da nicht so leicht ran. Die müssten halt mit dem Bus da hinfahren. Das ist natürlich blöd, wäre für die. Und das wäre blöd. Daher bauen wir mal... Wo können wir es denn da am besten hinbauen? Hier hinten. Breite ist das 3. Machen wir es mal so. Machen wir hier in der Straße hinein. Okay, 9. Okay, das. So. Okay. Und bauen hier nochmal ein paar Häuser hin. Im besten ein Haus. Weil dann können da die gut bezahlten Leute rein, also die Ärzte. Machen wir es mal so. Na gut, wir müssen es ja nicht so hinbauen. Wir können es auch so hinbauen. Machen wir es mal so hin. Das auch. Dann müsste das eigentlich soweit reichen. Wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld haben wir? Ja komm mal schnell bauen. Das auch. Das auch. Zack. Wir müssten gleich die Ärzte da einziehen. hoffentlich mal. Das wird ein paar Minuten dauern. Das sieht es hier aus. Hier sieht es gut aus. Ich würde aber sagen, wir bauen da nochmal noch einen Baracken hin. So. Wieso ziehen die alle hier hin? Oh. Ich glaube wir müssen noch mehr bauen. Das ist zu wenig. Ich glaube wir müssen noch mehr bauen. Das ist zu wenig. Ja. Ich denke mal das müsste reichen. Ähm. So. Was haben wir da nochmal hingebaut? Bananen. Nochmal Bananen. Und das müsste Mais sein. Ja genau. Ähm. Was kann man denn da noch vor Plantagen hinbauen? Wir könnten noch Unterhaltung da in die Ecke reinbauen. Taverne denke ich mal wäre gar nicht mal so verkehrt. Kaffee haben wir auch verkauft. Sehr gut. Was haben wir denn gerade frei? Zigarren rum und Zigarren. Oh, wir verkaufen zwei mit Zigarren. Okay, habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Ähm. Was kann man denn noch? Tabak. Ne, lass mal mal. Noch mehr Zigarren. Ne, das würde nix bringen. Aber Bananen. Äh. 5.900. Ja komm. Mach mal. Ähm. Und was noch? Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Nehmen wir eine Blaupause dafür. Was haben wir bekommen? Fahrzeugfabrik. Oh. Da ist sie. Ja, hätte auch 11.000 gekostet, als so haben wir es umsonst bekommen. Also fast umsonst. Wir mussten ja mit denen einen Vertrag machen. Importvertrag. Oh, ich glaube der Importvertrag hat glaube ich knapp 3.000 gekostet. Gestalt also daher haben wir auf jeden Fall Geld gespart. Hm-hm-hm-hm. Was wollte ich denn eigentlich vorher denn machen? Weil schon wieder eine neue Aufnahme. Ich habe jetzt schon wieder zwei Tage nicht aufgenommen. mal kurz überlegen was wollte ich denn vor fabriken bauen ich war ja ein überlegen gewesen bode zu bauen da haben wir glaube ich auch schon was angefangen weil soweit wie ich weiß kann man irgendwie das so machen dass die wieder die bäume pflanzen genau da tun sie immer ein baum neu pflanzen und seinen fällen schon mal gut ist man hier noch was ändern baumschule wenn man die zeit der stetschen brauchen oh ja das machen wir auf jeden fall das lohnt sich definitiv das lohnt sich auf jeden fall da wachsen die bäume 50 prozent schneller die klein das ist auf jeden fall nützlich das war kohle wir müssen unbedingt mehr häuser bauen wir haben zu wenig wohnhäuser könnten noch mal was haben wir denn mietkassieren das ist noch nix ist nicht schlecht aber die wohnqualität wird mit der zeit schlechter irgendwann wollen die leute nicht mehr da einziehen das weiß ich jetzt schon so welche häuser gab es ja bei truppe ko 4 und 5 jahr auf und irgendwann wollten zumindest normale leute nicht mehr da einziehen die wollten dann das sind dann halt da weg zu aber das würde gut hier ist zu welchen ecken hier rein passen wo die industrie ist da kommt hier so den mais können wir eigentlich abreißen zumindest hier kaffee lassen wir noch da wir haben ja jetzt da hinten drei felder mit mais die reichen erst mal von anfang und schon an überlegen vielleicht noch eine vierte dahin zu bauen wir ja auch nicht dass meine bevölkerung irgendwie zu wenig essen hat war mal noch eine vierte da passt die noch dahin wie viel sind das 91 ist okay ist jetzt mit wohnung aus okay das sind auch welche frei hier womit sich hat die ärzte arbeitslos plantage die wohnung so billig oder was vielleicht sollten wir die doch mal teuer wohnungsquartier 64 32 32 ja die haben alle 32 und dafür für zeit wieder noch mal 12 dollar pro person oder ja wahrscheinlich das sind preis aber wirklich gering ich war da hier oben ein stück wo ist denn das hier ich glaube so rum gehört wir müssen halt unbedingt die plantagen woanders verlegen das geht so nicht ich muss man meinen timer anmachen habt ihr schon wieder vergessen jetzt weiß ich nicht wie lange ich aufnehme so tabak passt denn der hin er würde rein tue ich gesehen hier hin passen finden sie 74 das höchste ist 95 gewesen da 85 meine ich ist nicht viel da ist schon zu wenig sind wir denn hier nochmal also bananen genau oder wir bauen hier tabak 75 auch nicht viel so ist das so wenig 74 da kommt man man hat drei stück das müsste denke ich mir für zigarren reichen erst mal nice 100.000 das wird man schaffen aber 5000 kommen auf jeden fall schaffen 30.000 weiß ich nicht genau wenn ich jetzt die anderen felder nicht abgerissen hätte dann auf jeden fall aber ich glaube mit vier feldern sind 30.000 dauert schon ziemlich lange machen wir mal so zusätzlich kommen wir den hier noch nehmen so schmuggel handel gibt alles geld so das ist soweit ganz gut wo war denn noch mal das sägeberg hier bombenstämme planken naja ich glaube einer dritte würde nix bringen vielleicht hier warum auf jeden fall noch mal wohnhäuser mehr hier schön am basse kettensäge ja komm kann man auch machen dann geht es noch mal schneller so dann hätten wir das auch so gesundheitsversorgung auf 40 heißt nur elf punkte fehlen uns wie bekommen wir die elf punkte hoch am besten wir hier nochmal so ein kleines krankenhaus hinbauen oben wo es eigentlich sogar mit eingeschlossen ist an der ecke oder hier oben wird irgendeiner industrie aufgebaut daher könnten wir hier noch eine hinbauen ein paar verschönerung ja wo es eigentlich noch nicht so ein paar wir müssen jetzt mal sehen wir müssen noch mal wollen wir sollten mal hier noch ein paar wohnhäuser einbauen könnten ein paar apartments vielleicht ja 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 Was machen eigentlich unsere Piraten? Also nicht Piraten, die anderen hier. Haben wir denn das nicht in der Liste gehabt? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wie es aussieht, tun zu arbeiten. Ein paar Unterhaltungssachen könnten wir noch bauen. Casino, Golf, Gourmet-Restaurant, Nachtclub, Opernhaus. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Musik Spielhalle Fastfoodrestaurant Musik Ich würde mal gerne wissen, was der Kreis immer bedeutet. Was er von der Bedeutung hat direkt. Hmm, wo kann man denn das hinbauen am besten? Hier vielleicht? Ja komm Gucken wir da hin. Spielhalle Ja komm, oh wir haben wenig Geld sehe ich gerade. Bauen wir noch die Spielhalle und dann müssen wir mal aufhören bauen. Sonst wird es nicht gut enden. Ist das richtig rum? Ja so. Ja man kann es natürlich auch so bauen, aber ich finde das sieht immer so komisch aus wenn man das so baut. Kann es natürlich auch so bauen. Vielleicht hier eine Lücke um noch hier sowas hinzubauen. Das sieht irgendwie schöner aus finde ich. Ja. 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 Mit den Reaktionatsversorgungen bin ich noch nicht zufrieden. Wir haben sie jetzt hier unten gebaut, ne? Ah ne, ist noch gar nicht gebaut, komm, mach mal schnell, zack, was vorangeht. Mal kurz loben. Mysterium müsste man eigentlich auch mal bauen, ne? Das kommt auch noch dran. Das ist schon, wenn sie das als erstes bauen, die Wohnhäuser, es sind immer noch zwei Hütten. Ich habe ein Problem, Präsident, genau, mit den hinterhältigen Roten. Wie haben sie das gewusst? Ein Hotel. Ja, komm, kann man annehmen. Aber erstmal müssen wir warten. Müssen wir gucken, wie sieht es denn mit dem Handel aus? Okay, wir können nichts mehr machen. Läuft alles. Ja, dadurch, dass wir jetzt zweimal die Karten genommen haben, läuft das hier gar nicht. Ah, shit, ey. Das ist jetzt ja auch nicht. Dafür bekommt man hier keine Strafe, wenn man das abbricht. Das ist halt ein Vorteil. Hier schon. Schmuggler ist ja kein Land. Sieben Monate. Na komm, brechen wir das hier ab. Ananas. Was? Bananen haben wir nicht? Bananen? Ne, haben wir nicht. Bananen könnten wir machen. Ja komm, machen wir mal. Bananen. So. Okay. Das ist Tabak. Ja. Baumwolle. Bananen. So, ich würde sagen, wir ändern das jetzt mal. Mit der Einwanderungsbehörde. Machen wir mal auf Tropicana. Das senkt halt nochmal um 80 Prozent. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben im Moment wirklich mehr Arbeitslose. Da können wir mal einen einstellen. Wir haben halt mehr Arbeitslose als die Arbeitsplätze. Ja gut, das geht eigentlich 12. Das hat sich schon extrem reduziert. Wohnhäuser Qualität. Zufriedenheit. Ja, da müssen wir auch nochmal ein bisschen verbessern. Ein paar bessere Wohnhäuser müssen wir auf jeden Fall bauen, die bessere Wohnqualität haben. Ansonsten geht's eigentlich. Oh, was ist denn hier passiert? Die Kommunisten sind im Moment besser dran als die Kapitalisten. Okay. Gleichgültigkeit. 39 Prozent. Hm. Na gut. Na, ich würde auch mal sagen, ich mache mal hier erstmal Schluss. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.